In unserer neuen Sonderausstellung kann ich Ihnen die Patton 500 zeigen, die italienische Meistermaschine von 1967. Giuseppe Pattoni, der dieser Maschine auch seinen Namen gab. Pattoni und Tonti ursprünglich. Hier im Zeichen sieht man wunderbar die Zahnradkaskade, die sein Parallel-Twin-Motor auch als Ventilsteuerung eingebaut hat. Die Meistermaschine von 1967 haben wir ausgestellt. Die in der aktuellen Klassik TT fahren moderne Ausführungen der Patton-Maschinen seit vielen Jahren um den Sieg mit. Berühmte Namen wie John McGuinness oder Maria Costello sind immer noch in diesen herrlichen grün lackierten Maschinen unterwegs. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.